Neu bei uns im Programm ist The North Face. Der aus Kalifornien stammende Outdoor-Spezialist hat seine Laufschuhe in drei verschiedene Kategorien unterteilt. Der Lightwave TR gehört in die Kategorie Door-to-Trail. Dieser ausgewogene und extrem leichte Neutralschuh trägt dich von deiner Haustür bis ins Gelände. Die aufgeschweißten TPU-Verstärkungen des Obermaterials, das atmungsaktiv ist, schützen das Modell vor allen Dingen beim Trail vor zu starkem Verschleiß. Auf eine Fersenkappe wurde bei diesem Modell bewusst verzichtet. Dies unterstützt eine angenehme Passform. Der gleichmäßige Härtegrad der Zwischensohle sorgt dafür, dass du einen langanhaltenden und gleichmäßigen Dämpfungskomfort spürst. Die UltraTag Außensohle eignet sich für jedes Gelände und für noch so schwierige Bedingungen. Sie glänzt auf allen Untergründen und bei jeder Wetterbedingungen mit ihrer exzellenten Rutschfestigkeit. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit dem Schuh bis dem Gelände sowie auf der Straße besonders gut unterwegs. Du erhältst ihn in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell ihn direkt hier bei uns im Online-Shop oder auch an aus point.com.